Geile Aktion unserer Fußballer. Am 30. Spieltag versteigert die 1. und 2. Bundesliga die Trikots nach dem Spiel zugunsten der Deutschen Sporthilfe. Auf unitedcharity.de könnt ihr die schönsten Trikots oder eure Lieblingsmannschaften ersteigern und damit uns deutsche Spitzenathleten und Nachwuchsathleten unterstützen. Hi Miri, hier mein Trikot, das kriegst du natürlich auch. Das ist eine tolle Aktion der Deutschen Sporthilfe. Beteiligt euch, ersteigert so viel wie möglich und natürlich drücken wir alle Daumen für unsere Athleten in Rio. Vielen Dank.